So, jetzt also doch. Die von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewünschte Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent wurde vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Rückwirkend zum 20. Juli steigt der Beitrag also von jetzt 17,50 Euro auf dann monatlich 18,36 Euro, bis eine neue Regelung beschlossen wurde. Die Verfassungsrichter erklärten damit die Blockade der Erhöhung durch das Bundesland Sachsen-Anhalt für verfassungswidrig. Das Land habe damit die Rundfunkfreiheit verletzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017